es ist so oder sind wir gleich wieder zurück was mit dir los scharf die sind weg Arbeitsplatz ist das hier wenn ich erst mal hier in vielen Sand brauchen wir bis die Schaufel kaputt ist denn jetzt zurück er schafft es gleich runter so halte den Sand haben wir auch gleich hier in der Leiste dann weiß ich auch gleich wie viel wir immer haben 34 dann machen wir da eine Ebene noch tiefer und höre ich auf Schaufel ist auch gleich kaputt so das ist immer meine Sandmine ziemlich viel gibt es hier so ein Stack haben wir so das hier werde ich sofort ausfüllen oh kacke die Schaufel ist gleich kaputt aber es reicht ja noch achso dann fällt der da nur runter 35 oh ein Stack und 35 ein Stack und 36 das ist sehr gut zu rechnen das sind dann 60 70 und 90 er ist genau 100 abgleich 100 gleich weil gar nicht so schlimm mit dem Sand fahren zwei Minuten aber damit verplämpelt hallo wieso muss die Tür noch so kompliziert sein werden werde ich jetzt alles mal verteilt in die Öfen rein werfen so da brauche ich 3 Kohle 1 2 3 ne 4 genau dann ins nächste haben wir schon 2 drin die 36 machen wir mal da rein jetzt machen wir das hier so machen wir hier viel rein dann machen wir hier noch das restliche Eisenerz schmelzen wir mal hier mit und so haben wir erstmal alle Öfen hier befeuert und wenn die vorbeikommen ist das bestimmt lustig so dann warten wir mal ab auf das Glas und können uns schon mal Holzfarm gehen ich würde gerade machen wir eine zweite Etage wenden wollte ich gerade sagen aber uns fehlt das Holz na ich schaue mal es da rum so den Baum den lass ich mal stehen hier das lass ich mal alles stehen hier da war ja auch irgendwo noch ein Dorf aber das hat nichts damit zu tun ich schaue einfach mal rum hier guck mal da haben wir ja schon mal so eine Baumwüste wie man so schön sagen kann und ich sehe das Dorf auf der Karte das ist in die Richtung ich kann euch das jetzt nicht mit der Hand zeigen so ich fahre jetzt Holz bis die bis die Axt kaputt ist sonst hör ich nicht auf was mach ich denn hier das ich raus es ist Lackt ein bisschen jetzt nicht nicht mehr so gut so eigentlich meinte ich das sogar ernst bis die Axt kaputt ist was was ist was ist denn da schon wieder hier Arschgekackter Mist so dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal Tschüss so wir sind wieder da irgendwie hat das Minecraft-Cup-Busen abgespielt bin aber an derselben Stelle gleich wieder gestartet also nicht so schlimm wir waren dabei hier den Baum noch wegzuholzen alles mögliche in diesem komischen Wald wegzuholzen Scheiße, Mongo-Baum, das wollte ich nicht machen mach jetzt nur das Gröbste hier, wo ich rankomme, weil darauf habe ich mal nicht Bock das alles richtig abzubauen da müsste ich eigentlich noch rankommen, ne aber Leute oh, ich dachte gerade, es leckt wieder oder lecken tut es ja immer so Rosen, falls wir mal rosa-roten Farbstoff irgendwie brauchen und dann gehen wir mal 28 28 Holz habe ich erst das ist ja gar nicht so viel hier, ne ich habe auch gesagt, ich will meine Axt kaputt machen also da muss ja schon was kommen immer so wenig hier so, haben wir das hier so, die Birkenbäume will ich eigentlich nicht abbauen, weil das Birkenhäus brauche ich ja sowieso nicht so, dann vielleicht ne, den Mongo-Baum brauche ich nicht ab so oh, da ist ja noch einer und dann gucken wir mal weiter ich denke, das war es soweit schon wenn wir den Mini-Baum hier noch abbauen der passt ja auch nicht gerade dazu da haben wir schon wieder mal 29 Holz, da machen wir nochmal das gleiche und dann denke ich, haben wir genug Holz für eventuelle Dachbau vorgemache Sachen, ne so, nehmen wir uns schon mal ein bisschen Glas hier raus 30 30 das reicht wohl alles hier nicht mehr oh, das reicht noch gerade so ist auch noch einer übrig ja, das reicht hier glaube ich nicht mehr, dann nehme ich den oh doch, das reicht auch krass das ist auf jeden Fall genug Glas das passt ja oh ganz genau das Eisen haben wir hier auch nochmal Level 13 juhu 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 Level 13 ok denn würde ich mal sagen bauen wir das Ganze hier mal zu brauchen wir ja nicht so als Dach vielleicht kann man das ja auch von oben so zubauen ich hab gesagt von oben zubauen aber da muss ich ja jetzt ja gut, das ist dann wieder die Geschichte mit dem Dach ich mach das jetzt mal noch nicht zu da mach ich was ganz was ganz besonderes hin nein genau dieses Loch falle ich runter man wahrscheinlich ist die Axt gleich kaputt verdammte Axt so, also ich kann das eigentlich schon mit Glas da rüber machen irgendwie, irgendwie weil sonst kommt ja hier oben eigentlich nicht so viel hin außer ein bisschen Kisten und halt ähm ich überlege gerade a little bit weil ich darf da ja auch nicht reinfallen wenn ich hier oben bin das wäre ja ein Reinfall oder ich mach hier einfach wie so eine Wand hin und mach dann da das Dach so also das kann ich schon mal weg machen hier wow das war knapp wahrscheinlich sollte ich das Dach hier vielleicht als erstes mal bauen das wäre ziemlich praktisch dazu brauche ich aber eine Menge Rohstoffe genau genommen zu sein Treppen, Half-Steps und alles aber das machen wir alles bei der nächsten Folge wahrscheinlich auch Aufnahme mal gucken und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme habe ich das schon mal gesagt ich glaube schon Tschüssi Kowski Oli Wonski